Der Schlüssel zur verborgenen Weisheit Indem er seinen wahren Zweck im Leben erkennt, erreicht der Mensch Perfektion Frieden, unbegrenzte Freude und die Fähigkeit, Zeit und Raum zu transzendieren. Noch während er in dieser Welt lebt. Kabbalah enthüllt Willkommen zu Kabbalah enthüllt. Ich bin Tony Kosinek. Lassen Sie uns damit beginnen, ein Zitat von Bala Sulam zu lesen, aus der Einführung zum Talmud Esa Sefirot, Studium der Zehnen Sefirot. Er sagt, Darum müssen wir fragen, warum denn verpflichten die Kabbalisten jeden Menschen dazu, die Weisheit der Kabbalah zu studieren? Dort ist tatsächlich eine große Sache verborgen, wert genug veröffentlicht zu werden. Es gibt ein wunderbares, unschätzbares Heimmittel für jene, welche sich in die Weisheit der Kabbalah vertiefen. Obwohl sie nicht verstehen, was sie da lernen, allein durch ihr Sehnen und einen großen Verlangen, das zu verstehen, was sie lernen, erwecken sie über sich die Lichter, welche ihre Seelen umgeben. Solange man Perfektion nicht erreicht hat, werden diese Lichter, die dazu bestimmt wurden, sie zu erlangen, als umgebende Lichter betrachtet. Das bedeutet, dass sie bereitstehen und darauf warten, dass man seine Gefäße des Empfangens reinigt. Zu dieser Zeit werden diese Lichter die fähigen Gefäße einkleiden. Daher werden sie, selbst wenn man nicht über die Gefäße verfügt, wenn man aber in dieses Wissen eindringt, die Lichter und die der Seele zugehörigen Gefäße beim Namen nennt, unmittelbar bis zu einem gewissen Grad über uns leuchten. Jedoch werden sie für uns leuchten, ohne das Innere unserer Seele zu kleiden, aus mangelanfähigen Gefäßen sie aufzunehmen. Trotzdem zieht die Erleuchtung, die man durch die Anstrengung nach und nach erhält, Gnade von oben an, die einen Überfluss an Heiligkeit und Reinheit gewährt, was einen viel näher an die zu erreichende Perfektion führt. In dieser Lektion werden wir uns die vier Phasen der Erschaffung des Geschöpfes anschauen. Dies ist eine Makrovorlage für alles, was in der Schöpfung existiert. Die Art und Weise, wie die Schöpfung in Existenz trat, die Art, wie ein Geschöpf erschaffen wurde, und die Art, auf welche Weise alles, was hiervon abstammt, erschaffen wurde, in jedem Aspekt der Schöpfung. Folgendes lernen uns die Kabbalisten. Zuerst müssen wir wissen, dass es Geheimnisse der Tora gibt. Aber wir werden nicht über diese Geheimnisse sprechen, und sie liegen über unserer Fähigkeit, sie zu vermitteln. Kein kabbalistisches Buch spricht über die Geheimnisse der Tora, nur über die Geschmäcker der Tora. Diese Geheimnisse werden seine Essenz, oder Asmuto genannt. Es ist verboten, darüber zu sprechen. Verboten bedeutet, dass es unmöglich ist. Es gibt keine Worte dafür. Wir fügen über keine Kelim-Gefäße dafür. Dies kann nur durch Erkennen gewusst werden. Wir beginnen an dieser Stelle. Die Unendlichkeit. Wir beginnen mit dem Schöpfer. Die Kabbalisten sagen uns, dass der anfängliche Gedanke des Schöpfers, also jene, welche die Stufe erreicht haben, erklären uns, dass alles mit einer Absicht begann, und diese Absicht besteht daraus, ein Geschöpf zu erschaffen und ihm Genuss zu bereiten. Dies wird als Hina Shoresh bezeichnet. Dies ist die Wurzel aller Wirklichkeit. Nun, da der Wille, ein Geschöpf zu erschaffen und dem Geschöpf Genuss zu geben, die Initialzündung der Schöpfung darstellt, ist das, was unmittelbar in Erscheinung trat, der Wille, diesen Genuss zu empfangen. So ist also dieser Gedanke das, was wir Licht nennen, und das andere ist der Wille zu empfangen. Das ist unser Gefäß. Das ist die anfängliche Kreatur. Diese Phase ist eine, in der das vollständige Licht der Schöpfung ein Gefäß füllt, welches fähig ist, es vollständig aufzunehmen. Doch dieses Gefäß ist hierdurch vollständig annulliert. Es ist so mit ihm verbunden, dass diese Dinge gleichzeitig in Existenz traten und vollständig voneinander abhängig sind. Wir haben hier eine gebende Kraft, das Verlangen zu geben, welches sich in eine Aufnahme einprägt und ein entgegengesetztes Verlangen erzeugt, das Verlangen zu empfangen. Diese Dinge sind miteinander verschweißt. Sie sind eine Art wesentlicher Bestandteil derselben Idee, aber entgegengesetzt. Dies wird die zweite Einsicht genannt, welche Prina Aleph ist. Aleph ist der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets und besitzt den Wert 1 und das ist die erste Einsicht. Was geschieht, wenn das Licht in das erste Kli, den Willen zu empfangen, eintritt, ist, dass der Wille zu empfangen Genuss empfindet. Aber das Licht vermittelt auch etwas über seine eigene Natur an das Kli und es geschieht etwas als Folge dieser Wahrnehmung. Wenn das Licht vollständig nach unten eintritt und eine gänzliche Füllung innerhalb des Willens zu empfangen erreicht, beginnen die Gefäße damit, etwas über die Natur des Lichtes selbst zu empfangen. Weil da nur ein Wille zu empfangen da ist, macht es eine Bewegung gemäß seiner Programmierung und es bemerkt, dass da ein Geber ist. Es selbst ist also das erste Etwas, das nicht der Schöpfer ist. Es verfügt über die Wahrnehmung, dass es einen Gebemodus und einen Empfangsmodus gibt. Es ist eine Existenz in Bezug auf irgendetwas anderes. Lassen Sie uns den ersten und zweiten Teil in Begriffen von Sefirot betrachten. Die erste Einsicht wird Keter oder Krone genannt. Die zweite Einsicht wird Chochma genannt. Chochma bedeutet Weisheit. Somit ist das Licht, welches hier durch die erste Kreatur empfunden wird, der ersten Phase des Geschöpfs, ein Genuss, der eine Reaktion auf die Qualitäten des Schöpfers ist. Und das Licht, das hier vom Geschöpf empfunden wird, das in es eindringt, wird Licht der Weisheit genannt. Hebräisch Or Chochma. Also immer, wenn Sie das Wort Weisheit in kabbalistischen Texten hören, so wird von der Qualität dieser Phase gesprochen. Nun geschieht hier etwas, und als Ergebnis dieser Empfindung eines Gebers fühlt es auch den Genuss, der dem Verlangen zu geben, innewohnt. Und es verlangt nach diesem Genuss, denn es besteht ja, aus dem Willen zu empfangen. Daher entsteht in diesem Verlangen eine neue Einsicht. Um dies zu erreichen, denn es fühlte den Mangel in sich, zuerst war es vollständig gefüllt, dann fühlte es den Mangel durch die Wahrnehmung der Qualität des Lichts, um dies zu erlangen, dieses für sich selbst zu erreichen, stellt das Klee fest, dass es nicht länger empfangen möchte. Es verlangt nach dem Genuss am Geben. Daher macht es die Bewegung dahin, die Erfahrung eines Genusses am Geben zu machen. Da es aber nur für den Empfang konstruiert ist, ist das Einzige, was es tun kann, eben nicht zu empfangen. Mit anderen Worten weist das Klee das Licht zurück. In diese Phase wird Hina Bet genannt. Bet ist auch der zweite Buchstabe im hebräischen Alphabet. Und die Wahrnehmung, die hierdurch ausgedrückt wird, ist, dass Geben besser als Nehmen ist. Es ist ein Verlangen zu geben. Nun können wir an dieser Stelle eine sehr interessante Sache erkennen. Wir haben zwei Phasen, die sich verändert haben. Phase 1 geht über zur Phase 2, die sich in ihr Gegenteil verändert haben. Phase 1 ist ein Verlangen zu empfangen und Phase 2 ein Verlangen zu geben. Diese Sphira-Phase wird Bina genannt. Bina entstammt dem Wort Hit-Bone-Nut, was bemerken bedeutet. Und was sie tatsächlich bemerkt und als Einsicht erhält, ist die Qualität des Schöpfers. Dass die Qualität des Schöpfers im Geben besteht. Daher ist dies die Qualität des Gebens. Diese Sphira-Bina, diese Bina-Bet, diese Phase 2. In diesem Zustand der Leere gibt es eine weitere Einsicht, die sich dem Gefäß erschließt. Nun möchte ich, dass Sie darauf achten, dass das, was Sie über jede dieser Hin-Od anmerken, über jede dieser Einsichten, nicht von Aktivitäten des Lichtes handelt. Die Aktivität des Lichtes ist immer dieselbe. Es verwendet stets nur das ursprüngliche Gesetz, den Willen, ein Geschöpf zu erschaffen und das Geschöpf zu erfüllen. Das ist alles, was das Licht tut. Worüber wir sprachen, sind nicht verändernde Einsichten im Inneren des Glies, innerhalb des Verlangens, innerhalb des Geschöpfes. Daher geschieht innerhalb der Bina-Bet, angesichts des Mahls an Licht, eine Einsicht, dass ihre Natur tatsächlich im Empfangen liegt. Und dass sie nicht ohne das Licht der Weisheit existieren kann. Diese Zurückweisung des Lichts, diese Rückgabe des Lichts, wird das Licht der Gnade genannt. Hebräisch Och-Hasadim Daher weiß das Glie, dass es so nicht existieren kann und empfangen muss. Es möchte aber kein Nehmer sein. Also muss es einen Weg finden, bei dem das Empfangen tatsächlich eine Form des Gebens darstellt. Und dies führt zur nächsten Einsicht. Hierbei handelt es sich um Behina-Gimmel, der dritte Buchstabe im hebräischen Alphabet. Und diese Einsicht vermittelt eine duale Phase. Das bedeutet, dass diese Phase zwei Gegensätze verkörpert. Das Empfangen des Och-Hoch-Ma und es enthält Och-Hoch-Ma und Och-Hasadim. Daher sind diese zwei gegensätzlichen Verlangen in dieser Mischphase eingeschlossen. Warum? Was geschieht hier? In diesem Modus des Empfangens hat Pina-Gimmel einen Weg gefunden, sein Empfang in eine Art Geben zu verwandeln. Das Einzige, was in der Schöpfung existiert, ist der Schöpfer und das Geschöpf, das Licht und das Gefäß. Das ist alles. Und selbst, wenn das Geschöpf empfindet, dass es einen Akt des Gebens in sich ausführt, tatsächlich, der Einzige, der mir aus der Sicht des Geschöpfs gegeben werden kann, ist der Schöpfer. Pina-Gimmel trifft die Entscheidung, dass sie die Handlung des Schöpfers kopieren möchte, da sie versteht, dass der Schöpfer will, dass sie mit Genuss gefüllt würde, dass sie diesem Genuss entgegennehmen muss und dass dies der Teil des Schöpfungsgedanken ist, ein Geschöpf zu erschaffen, damit es gefüllt werde. Nun ist die einzige Art an Geschöpf, das sie wirklich erschaffen kann, etwas in sich selbst. Daher trifft sie die Entscheidung, eine Portion Licht entgegenzunehmen, sagen wir 20% unter der Bedingung, dass sie dies nur in der Absicht tut, den Schöpfungsgedanken zu erfüllen, das Verlangen des Schöpfers, ein Geschöpf zu erschaffen und dieses mit Genuss zu füllen. Daher wird sie das Licht entgegennehmen, mit der Absicht, dass sie hierdurch diesen Gedanken erfüllt. Und dies ist der einzige Modus, bei dem Empfangen ein Geben sein kann. Aber das Geben ist eine Absicht. Es spielt keine Rolle, um welche Handlung es sich handelt. Es ist eine Absicht. Somit ist dies tatsächlich eine Art Ähnlichkeit in der Form mit der Phase Null Keter, bis zu einem gewissen Grad. Diese 80% an Or-Hasadim, das reflektierte Licht, ist immer noch Genuss. Es ist immer noch Licht, das eintritt, aber sie schenkt ihm an dieser Stelle keine Aufmerksamkeit. Diese Phase wird in Begriffen des Ferot sehr anpin genannt. Und sie besteht selbst aus einigen Sphirot, aus Chesed, Geworah, Diferet, Netzachot und Jesod. Es ist eine Mischphase, die Empfangen in der Absicht zu geben erlaubt. In dieser Simulation des Aktes zu beschenken, den Bikina Gimel durchführt, wird eine neue Einsicht geboren. Sie empfindet hier wegen ihrer Handlung eine andere Qualität des Lichtes. Und diese Qualität ist tatsächlich diejenige des Schöpfungsgedanken selbst. Sie kommt zu dem Schluss, dass es nicht nur ums Geben geht, auch nicht nur darum, eine gewisse Portion zu empfangen, um dem Wunsch des Schöpfers zu genügen, sie zu füllen, sondern dass der Schöpfungsgedanke darin besteht, das Geschöpf vollständig mit unbegrenztem Genuss zu füllen. Und nun erkennt sie, dass sie das ganze Licht annehmen muss, um diesen Schöpfungsgedanken zu erfüllen. Sie muss das gesamte Licht annehmen. Daher tritt hier das Licht ein und füllt das gesamte Gefäß. Dies ist Bikina Dalit 4. Aber sie unterscheidet sich sehr von Bikina Aleph. Auch wenn es ähnlich aussieht, ist hier etwas sehr unterschiedliches geschehen. Denn in Behena Shoresh, Aleph, Beth und Gimel, all diese Handlungen waren nicht unabhängig, nicht selbstständig. Es waren alles Handlungen, die der Schöpfer durchgeführte. Die Kraft des Lichtes, die Reaktion und das Verlangen, welches in jeder Phase geboren wurde, waren Handlungen des Schöpfers. Hier, im Bihina Dalit, geschieht etwas gänzlich Neues. Dies ist ein unabhängiges Verlangen, das zu sein und so zu handeln, wie vom Schöpfer vorgesehen. Hier, in der Absicht, das vollständige Licht zu empfangen, besteht die Möglichkeit einer Übereinstimmung der Form mit dem gesamten Schöpfungsgedanken selbst. An diesem Punkt ändert sich alles für das Geschöpf. Da gibt es eine Einschränkung, einen Wechsel in der Natur des Verlangens, der sich hier ereignet. Anstatt zu empfangen, wie sie es tat, direktes Licht, und zu versuchen, es für sich zu erreichen, empfindet sie hier, wegen dieser letzten Einsicht, die sie hatte, sie empfindet den Rang des Schöpfers, und nun möchte sie nicht länger den handelnden Teil der Schöpfung, das direkte Licht. Was sie nun möchte, ist der Verstand des Schöpfers, welcher tatsächlich in erster Linie die Absicht des Schöpfers ist. Damit haben wir hier den Anfang von einem weiteren in der Schöpfung. Wir haben eine unabhängige Kreatur. Da wird diese vierte Phase in den Begriffen des Ferot als Malchut bezeichnet. Malchut stammt vom Wort König oder Königreich. Es bedeutet, dass hier alles durch Verlangen regiert wird. Nun, an dieser Stelle, diese neue Absicht, nicht für sich alleine zu empfangen, weil sie den Rang des Schöpfers fühlt, empfindet sie Scham im Falle des Empfangens, und dies wird als Einschränkung bezeichnet. Das erste Zimtzum, und von nun an verfolgt sie den Gedanken hinter der Schöpfung, und nicht die Handlung der Schöpfung. Damit haben wir hier Malchut, den Anfang der Schöpfung. Und dieses Gefäß, diese Nummer 4 Brina, wird Olam 1 Sov genannt, also die Welt ohne Ende, und alle Welten und Seelen nehmen dort ihren Ausgangspunkt. Jeder Teil der Schöpfung dient sich genau dieser Form. Dieser Prozess, diese Makrovorlage, stellt gleichzeitig den vierbuchstabigen Namen Gottes dar. Es gibt da die Spitze, das Yud, Yud, K, das Wav, und das untere, He, der Hawaja. Wenn wir diesen Namen sehen, so repräsentiert er eine Reihe von Kräften. Alle Namen und Worte in der Kabbalah sind wie Formeln in der Physik zu betrachten. Sie erzählen von Beziehungen zwischen dem Licht und dem Kli. Damit können wir hier sehen, dass die Kabbalisten uns eine Karte von oben nach unten in die Hand gaben, wie wir in die Existenz eintragen. Aber nicht nur das, sie beschreibt auch die Zustände, die ein Mensch bei seinem Aufstieg durchlaufen muss. Sie vermitteln uns den Zweck. Sie zeigt uns die Wurzel und schafft uns die Orte entlang des Weges. Und dies ist es, was das Geschöpft tut, wenn es einmal die Einschränkung vorgenommen hat. Es beginnt damit, ein System an Welten zu erzeugen, damit es den Schöpfungsgedanken erreichen kann, aber als ein unabhängiges Verlangen und gleicht sich dem Schöpfer an. Hier ein Zitat von Raph Leitmann. Der Mensch beinhaltet alles. Wenn der Mensch Korrekturen vornimmt, bedeutet dies, dass demgemäß die gesamte Schöpfung sich dem Schöpfer nähert. Daher muss der Mensch nur sich selbst korrigieren. Der Mensch, der aufsteigt, erhebt mit sich alle Welten. Das ist die Bedeutung der Worte, dass alle Welten für den Menschen erschaffen wurden. Seien Sie das nächste Mal wieder dabei, wenn wir etwas über das grundlegendste Werkzeug der Erlangung lernen, der Konstruktion des Schirmes, dem Empfindungsorgan, welches uns erlaubt, den Schöpfungsgedanken wahrzunehmen und die Übereinstimmung der Form mit dem Schöpfer zu erlangen. Bis dann. Schöpfung Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020